Hallo liebe Palio360 Leute. Ich habe für mich Palio360 neu entdeckt. Ach ja, wer bin ich überhaupt? Mein Name ist Auxer. Ich komme ursprünglich aus Litton, wohne jetzt in Hamburg. Ich habe zwei Kinder und noch zwei Petschwer-Kinder. Als Frau möchte ich mal gesund, schön und schlank bleiben. Ja, definier mal schlank. Schlank für mich bedeutet, dass ich in meinen Rock, den ich vor 20 Jahren gekauft habe, immer noch reinpasse. Ich habe keine Lust neue Röcke zu kaufen. Jeder hat da seine eigene Definition. Mit 33 war es gar kein Problem abzunehmen. Ein bisschen weniger essen, läuft schon. Mit 40 klappt nicht mehr so leicht. Was soll ich machen? Ich habe alle möglichen Diäten ausprobiert, die ich noch finden konnte. Blutgruppen-Diät, Säfte, Suppen, Fasten, habe ich sowieso nicht ausgehalten. Das ist Rautequälerei und Herzschwächerei. Aber ich habe irgendwann Palio360-Seite gefunden. Da habe ich ein Newsletter bekommen und habe mir da Sachen ausprobiert. Plötzlich kam ein Mann geflogen und meinte, Auxer, getogen, das ist cool. Wie meinst du das? Ja, mein Kunde, der hat so viel abgenommen. Den kenne ich von früher. Der ist richtig abgefahren. Aha, okay. Gut, probieren wir mal aus. Was bedeutet das jetzt, Getogen? Fettessen, okay, ohne Zucker. Oh mein Gott, gar kein Zucker. Ja, okay, machen wir mit. Resultat, nach vier Wochen, mein Mann hat 10 Kilo abgenommen. Ich freue mich für meinen Mann. Ohne Frage. Ratet mal, wie viel habe ich abgenommen? Stolze 0,5 Kilogramm. Ich dachte, oh mein Gott, das ist auch nichts für mich. Meine Kollegen erwähnten, was ist mit Low Carb? Hast du schon ausprobiert? Warte mal, da war doch was. Palio360, das schaue ich mir doch mal an. Gedacht, gemacht. Und jetzt bin ich bis heute dabei. Und wisst ihr, was mir daran richtig gut gefällt? Viele Rezepte. Der ganze Fächer voll. Vor allem frische Zutaten. Und verarbeitet, gesund für den Körper. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir in der Familie, wir haben etliche Unverträglichkeiten. Blutgen, Histamin, Vegetarier haben wir auch. Das ist aber keine Unverträglichkeit, das ist einfach auch okay. Und wenn ich da irgendetwas brauche, Immunkrankheiten und sonst was, da kann ich alles bei Palio360 nachlesen. Aussuchen Rezepte, Einkaufen, Machen, Essen. Fertig. Guten Appetit. Jetzt erzähle ich euch zum Schluss, was mein Lieblingsrezept ist. Nämlich bei Palio360 Bananenbrot. Das ist der Hit. Das ist so saftig, so lecker. Das ist für mich das beste Bananenbrotrezept. Meine Familie vernichtet das innerhalb 10 Minuten. Das wird nicht mal kalt. Zack, weg. Probiert mal auf, vielleicht schmeckt es euch auch. Jetzt wünsche ich euch auch viel Spaß beim Ausprobieren, so wie ich Spaß habe. Das war richtig gute Laune. Tschüss.